Herzlich willkommen bei MTKs, ich bin der Mehmetz. Ja, liebe Freunde, heute in einem Tag, es ist ein Jahr, dass ich YouTube mache, habe ich mir gedacht, ich suche mal eine schöne Atmosphäre, bis sie spazieren geht im Wald. Ich habe gesehen, Bobek ist auch hier irgendwie spazieren gegangen. Bobek, wo bist du? Und Salo ist auch immer im Wald, habe ich gehört. Salo, willst du mein Auto kaufen? Oder? Die sind doch nicht hier, oder wie? Die haben immer gesagt, die gehen im Wald spazieren, das Neueste von denen. Naja, ich glaube, ich finde die hier bestimmt nicht. Außerdem ist es mir auch zu kalt, wir gehen ins Büro. Liebe Freunde, es ist morgen ein Jahr her, dass ich mit YouTube angefangen habe. Unglaublich, wie die Zeit vergeht, oder Schatz? Ja, also Kanal haben wir am 24. eröffnet. Am 24. und 25. den Kanal eröffnet, am 26. habe ich hier in dieser Halle mein erstes Video rausgehauen. Nee, ich glaube, am 24. Kanal eröffnet, am 25. das erste Video. Genau, am 25., wann ist der 25. Montag, ne? Ähm, Sonntag. Da habe ich mein erstes Video hier gedreht mit meinem Handy. Alleine. Da stand auch ein rotes Auto, aber nicht dieses rote Auto. Nein, da stand auch mein E30 hier. Die stand mein, keine Ahnung. Ne, das Cabo stand hier. Und da 190, genau. Und dann bin ich mit meinen Hunden hier rumgelaufen, habe so ein bisschen über mich erzählt. Und ich denke, Alter, das ist so die letzte Woche, ne? Ja. Unglaublich. Jetzt stehe ich einer später an der gleichen Stelle wieder hier. Aber natürlich nicht mit den Autos, sondern hier mit den beiden Pevis, ne? Okay, den hatten wir ja so oder so schon gehabt. Ja, den hatten wir schon vorher auch. Ja, dann bin ich dazu gekommen. Ja, Freunde, wir gehen mal ins Büro. Dann erzähl ich mal was Nettes. Und dann schauen wir mal. Über deine YouTube-Karriere. Wie war meine YouTube-Karriere, ne? Komm! Ja, Kurzwerbung, Freunde. Ihr wisst, ich habe seit einem Monat oder sowas Holi als Werbepartner. Vielen, vielen Dank an Holi, dass sie an mich geglaubt haben, unterstützt haben. Ich bin ein kleiner YouTuber. Die haben mich darauf angesprochen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir trinken darauf sehr gerne. Mein Fähler, das ist hier Bubblegum. Feier ich, feier ich. Und die Jungs trinken gerne hier Shisha-Apple, Doppel-Apple-Shisha-Trinken. Ja, ich freue mich. Ich mag Pflaume Zimt. Also ich trinke auch gerne Kaffee, ihr wisst es auch, ne? Aber das ist wirklich nebenbei. Können wir gerne trinken. Ich würde mich ganz herzlich an Holi bedanken nochmal, dass sie an uns geglaubt haben. Und ich finde ihr Produkt gut. Ich habe viele Werbeangebote bekommen, mit denen ich mich nicht identifizieren konnte. Aber da habe ich gesagt, jawohl, da mache ich auch mit rein gewissen Werbung. Finde ich schön. Auch, ja, ich feiere es einfach, ne? Dass ich so einen Werbepartner habe. Vielen Dank an Holi nochmal, ne? Ja. Auch an Holi, schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Vielen Dank. Ja, liebe Freunde, wie gesagt, morgen am 25. habe ich meinen Kanal eröffnet. Am 26. habe ich mein erstes Video gemacht. Letztes Jahr, genau um diese Uhrzeit. Irgendwie kommt mir das so wie gestern vor. Und ja, keine Ahnung, ein tolles Jahr gewesen. Ich habe richtig Spaß an YouTube gehabt. Und dank euch, dass die Videos so gut ankommen, hätte ich jetzt auch selber nicht gedacht. Ja, ich habe YouTube nicht geplant. Ich wollte auch kein YouTube machen. Und ich habe mal vor zehn Jahren, haben wir immer so Pocket-Bikes gehabt für die Kinder, Crossräder und was, da sind die mal rumgefahren. Habe ich die Kinder mal angehauen. Ich sage, Alter, komm, das wäre doch ein teurer YouTube-Kanal. Als Son habe ich ermutet, ich sage, Pocket-Boy. Das war so der YouTube-Name. Und dann sind die mit meiner Tochter im Wald mit so kleinen Crossrädern rumgefahren, kamen die mit dreckigen Gesichtern zurück. Dann hat er so eine Rentmaschine gehabt, das ging vor 70er oder so was, Alter. Also unglaublich. Ich bin damit auch gefahren, so ein Mini-Bike. Da habe ich gesagt, Alter, machen wir einen YouTube-Kanal. Wollte keiner machen. Dann sind einmal mal schnell zehn Jahre vorbeigegangen. Du musst auch erzählen, als die Kinder wiederkamen, sogar als sie gelächelt haben, waren deren Zähne voll mit Matsch und Dreck, weil die beiden Paaren wohl gegrinst haben. So, liebe Freunde, das waren wir vor zehn Jahren, die ich die Idee hatte mit YouTube. Ich gucke natürlich seit Jahren YouTube. Sehr gerne sogar. Und wie gesagt, Max, Aiko, alles. Hallo, ziehe ich mir alle rein. Und wir haben Spaß gehabt, dass sie da rum basteln an den Autos, was machen. Wir haben die gefeiert, muss man jetzt sagen. Also wir haben die auch sehr gerne angeguckt. Die Kiddies haben die gerne angeguckt. Wir haben auch sehr viel gelacht. Und letztes Jahr war Corona. Ihr wisst, eine ganz schwierige Zeit für die meisten Leute hier. Und Arbeit hin und zurück. Man durfte niemanden besuchen. Man war ein bisschen alleine. Und es war ein bisschen depressiv. Und die Laune war jetzt alles nicht da. Und da war ich schon ein bisschen traurig, ein bisschen depressiv, weil man irgendwie nichts teilen konnte mit anderen Menschen, dass man hier ein bisschen alleine war. Und daraufhin haben wir dann irgendwie... Ne, da war ich auf der EMS letztes Jahr, genau. In der ersten Modelshow war ich letztes Jahr. Bei meiner Nichte haben wir dann unsere Show gemacht. Dann haben wir bei meiner Nächte geschlafen und die hat keinen Fernseher gehabt. Ne, hab ein bisschen YouTube geguckt. Und dann sehe ich Jan im Bett liegen und lacht sich einen kaputt und spielt mit dem Handy. Und dann grinst er die ganze Zeit. Ich bin hingegangen und hab gedacht, Jan, Alter, wieso lachst du denn so blöd? Ja, ich guck TikTok. Wie, was für ein TikTok dann, Alter? Ja, TikTok. Ja, was das für ein Müll, Alter. Ich denke, okay, Alter, kack, kack, runtergeladen, TikTok. Hab ich mal so ein paar Abende reingeguckt und war auch so die ersten paar Tage süchtig. Ich guck so... Ja, richtig süchtig. Tudi so, was machst du denn da? Ziehst du da irgendwie die ganzen Weiber rein? Nein, die kommen von alleine. Was soll ich machen? Ja, Freunde. Aber daraufhin hat Jan mir gesagt, die kommen nur... Also ich durfte die nicht liken. Das heißt also, wenn man die like, kommen die Weiber öfter oder sowas. Ist egal. Also ich hab auch viele Autos geliken, ne? Hab ich gefeiert, hab gedacht, Alter, so ein kleines Video kann ich aufdrehen. Ich hab auch viele Autos. Hab angefangen, Kurzvideos bei TikTok zu machen. Einfach so von meinen Autos, was ich hier habe. Und hab dann die Abos gezählt. Hab mich so wirklich gefreut auf die ganze Geschichte, ne? Und... Aber irgendwie... Bei TikTok muss man irgendwie so einen Scheiß machen, um irgendwie viral zu gehen. Also wenn man so ein tolles Auto präsentiert oder so eine tolle Geschichte erzählt, das interessiert bei TikTok nicht. Da muss man sich irgendwie, keine Ahnung, den Arsch aufmachen mit den Tittenbacken oder irgendwas machen, um Fame zu werden. Dann hab ich gesagt, Alter, das ist wirklich sehr schwer. Und dann hab ich noch ein bisschen TikTok gespielt. So, Freunde, TikTok vorbei. Wir haben Betriebsferien genau um diese Uhrzeit. Also ich glaub, paar Tage... Ich glaub, ja. So war das, Freunde, ne? Wir haben Feierabend, sind zu Hause, haben die Werkstatt sauber gemacht, chillen zu Hause ein bisschen. Und haben so sieben, acht Tage frei. Dann sagt sie, ja, Mama, du, wir haben doch schon so nichts zu tun. Lass uns doch mal zu Hause renovieren. Ich denke, Ronny, kacke, Alter, renovieren. Ich hasse renovieren. Ich hab keine Lust auf renovieren, ne? Sie sagt zu mir, ja, muss ja auch mal gemalt werden. Wir drücken alles in die Mitte und malen selber und so was, ne? Ich hasse renovieren, Freunde. Ich hasse das einfach, ne? Ich hab mir gesagt, pass mal auf, du hier. Ich geh lieber arbeiten am Wochenende oder an den Feiertagen. Und das, was ich verdiene, geb ich lieber einen Maler, der das macht. Ja, nee, das machen wir uns was. Naja, nächster Tag wollte ich natürlich loslegen zu Obi und was weiß ich, Sachen kaufen. Dann hab ich zu ihr gesagt, ich sag, du, pass mal auf, ich hab keine Zeit, du, ich muss mich entschuldigen. Ich sag, ich muss ein Video drehen. Dann sagst du mir, ja, was für ein Video, ein TikTok oder was? Nein, ich sag, ich will YouTube machen. Ja, ey, wie YouTube und was? Da sitzen die beiden Idioten-Kimmis auch da, ne? Dann sagen die zu mir so, ja, wie denn YouTube? Na, was willst du machen? Ja, ganz einfach. Ich mach ein Video und hau bei YouTube hoch. Ja. Ja, denkst du, das ist einfach oder was sagen die zu mir, ne? Ich sag, ja, was ist denn da dann schwer, ne? Ja, man muss erst mal einen Kanal eröffnen. Ich sag, okay, hingesetzt, zehn Minuten, bam, 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 Kanal eröffnet. Jo, YouTube-Kanal. Ich denk, okay, ja, und die Videos, ja, wieso Videos, Alter? Ich sag, ich hab doch ein Handy, Alter, ne? Mal mit dem Handy. Ich alleine losgegangen, komm in die Firma ganz alleine mit den beiden Hunden, Rocky Rambo. Hab ich angefangen, hier im T-Cast, bla, bla, hat man die 30 vorgestellt, gemacht, getan, bisschen gelabert, so acht Minuten, acht Minuten, zehn oder was, keine Ahnung. Ja, hab das Video hochgeladen und ja, ne, so hab ich so meine, so, 300, ja, 200, 300, irgendwie, oder nicht? Aber, ja, hast du aber trotzdem schon gefeiert. Ja, hatten voll gefeiert, 2, 3, 400 Aufrufe, ich guck am Fernsehen, ich bin im, ich bin im Fernsehen, ne? Also, ich war nicht im Fernsehen, Freunde, ich wollte nicht vor die Kamera. Ich hab den Kindern gesagt, Jungs, ich bin ein bisschen alt, äh, die meisten sind Jugendliche, die das machen. Ich hab gesagt, die beiden müssen nach vorne gehen, ne? An dem Tag hab ich das Video alleine gemacht, ich denk, okay, geht, hab ich mal zweites, drittes Video gemacht. Ja, die Leute haben gesagt, du, Mehmet, du hast ne tolle Stimme, aber irgendwie, dumm die Augen zeigen, dahinter labern, es, es fehlt ne Person vorne, oder? Ja. Die haben gesagt, es fehlt vorne eine Person, das blickt nicht, wenn du hinten laberst, du musst was machen. Ich denk, okay, ich geh nicht vor die Kamera, Freunde, ich hab gedacht, nein. Ich sag, Jan, San, wie sieht's aus, Jan wollte Kameramann werden, San wollte Kata werden, aber keiner wollte als Sprecher vor die Kamera. Tui wollte auch nicht. Will ich heute noch nicht. Ja, wollen wir immer noch nicht. Ich sag, Ivan Junior war da. Ich sag, Digga, komm mal her, Alter, du bist jetzt hier der, äh, ja, der Staff der Show, ne? Ich, Ivan, reingenommen, wir fahren mit Junior so durch die Gegend, und ich sag, Digi, na, wie gefällt dir das auch? Ja, schön, ne? Ich sag, ja, und, was ist? Ja, ja, schön, ne? Ich sag, Digi, du zeig dir mal ein bisschen Emotionen, irgendwie, keine Ahnung, es ist sehr langweilig, was du da machst. Ja, was soll ich machen? Ich weiß es nicht, aber irgendwie, du musst was bringen, oder nicht? Naja, dieses Video, doof, rumgelaufen, wieder reingemacht, 800 Aufrufe, 900 Aufrufe. Aber, ich war so schlau, hab hier meine Kunden erpresst, hab gesagt, hey, ich sag, ohne Abo kommst du nicht rein. Die sagen, was für ein Abo denn? Ich sag, Digga, YouTube, Alter, ich sag, hast du Abo gemacht? Nee, ich sag, wenn die raus, abonnieren, Digga. Hab ich meine ersten 70, 80, 90 Leute, hab ich die erpresst, sonst, dass ich kein Auge von denen mache, hab ich abonniert, 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 ne? Und, Freunde, 99 Abonnenten Silvester, 99 Abonnenten. Und genau Silvesterabend hab ich 100 Abonnenten gehabt, ne? Ich war so glücklich, Freunde, ich hab gesagt, yeah, 100 Abonnenten, drei Videos rausgeknallt. Ich hab mich richtig so, ja, gut gefühlt, ne? Haben öfter unsere Videos angeguckt und, ja, war okay, ne? Fand ich, du? Ja, war okay. Ich muss jetzt aber dazu sagen, wir haben ja Silvester bei deinen Eltern verbracht. Also ich muss die Geschichte erzählen, damit die Leute vielleicht auch ein bisschen verstehen. Und Mehmet war total unter Adrenalin, hat sich selber gefeiert. Aber ich hatte natürlich die Sorge, weil er hatte ja so ein kleines Lock gehabt zu der Zeit. Hab mit der Mama geredet, mit der Schwester, wir haben uns alle Sorgen gemacht. Sorgen in dem Sinne, wir haben nicht, wir haben an Mehmet geglaubt. Aber... Hab ihr nicht. Doch, Schatz! Ruhe jetzt! Ruhe jetzt! Ruhe jetzt! Freunde, Silvester sitze ich rum, lacht meine Familie über mich. Na du YouTuber! Na du YouTuber! Ich denke, Alter, die nehmen mich nicht ernst, ne? Weil, keine Ahnung, klar, die denken auch, was hier mit YouTube, was soll er da machen uns was, ne? Also die haben mich nicht so richtig ernst genommen, dass YouTube... Ich hab gedacht, du lass mich, ich mach das mal ein bisschen durch, wir gucken mal, was daraus wert uns was, ne? Nein, ich muss dazu sagen, ich hab mit Mama geredet, ich hab mit deiner Schwester geredet, und auch dein Schwager. Nein, wir haben nicht gelacht, wir haben uns Sorgen gemacht... Dass ich hier internetsüchtig werde! Nein, was ist, wenn's nicht klappt? Nicht, dass dein Loch noch tiefer wird! Egal, lange Rede, kurze Sinn, Freunde! Also, ich, Januar, geht weiter. Januar nehm ich mir Jan, als Schauspieler. Ich sag zu, Jan, du bist jetzt hier der Vordermatt, okay. Ja, was soll Jan machen, ne? Nie vor der Kamera gestanden, ich sag Jan, okay, okay. Ich denke, Alter, ich bin sogar gelangweilt, Alter. Was sollen die Zuschauer sagen, wenn sie ihn sehen, ne? Ich denke, Kacke, Alter. Hab ich San vor die Kamera gezwungen. Naja, San war auch da, ich sag, mach so und so und... San war ein Ticken besser. Ja, ein Ticken besser, aber irgendwie war San auch jetzt irgendwie so, keine Ahnung, er hat's irgendwie auch nicht. Und dann hab ich immer hinter der Kamera gemeckert, mach es so, mach es so, haben die mich angeschrieben, mach doch selber! Ich denke, Alter, mach das doch so! Nein, mach du es doch besser, mach es selber! Ich hab gesagt, verpisst euch, Alter, ich mach's jetzt selber, war mir scheißegal. Ich hab gesagt, ich mach's besser als die, Freunde, dann irgendwie mein sechstes, siebtes Video, wenn ich vor die Kamera gesprungen hab. Oder ne? Ja. Ja, und dann ist die Karriere begonnen, Freunde, wirklich, ne? So und immer so ein, zwei, drei Videos, ein, zwei, drei Videos. Ich hab richtig Spaß an der Geschichte gefunden. Klar, ich hab nen Job, ich arbeite hier. Wir haben damals noch immer Geld von YouTube verdient oder was, im Gegenteil. Aber alle meine Oldtimer, die Hobbys, hab ich alles vor YouTube gemacht. Alles, was ich hier so mache, hab ich auch vor YouTube gemacht, ne? Ja, jetzt ist eben halt nur die Kamera. Genau, die Kamera ist da, ich hab den SL vorher gehabt, ich hab den E30 vorher besessen, viele Autos hab ich ja schon, also, ja, so ne, also, viele hab ich schon vorher gehabt, ne? Ich überleg gerade, ist ja nur der Audi dazugekommen? Ja. Der Siebener? Ja, ein paar sind natürlich dazugekommen. Ein paar hab ich auch verkauft natürlich in der Zeit, gekauft, verkauft. Aber Hauptfaktor war, ich hab, ich mach diese Geschichte schon ewig, aber dann für mich. Aber ich freue mich, das mit Leuten zu teilen. Es ist ein schönes Gefühl, einfach irgendwie, ähm, was zurückzukriegen von den Leuten. Ich seh das an die Abozahlen. Vielen, vielen, vielen Dank an meine Abonnenten. Vielen, vielen Dank an meine Zuschauer. Ich bin wirklich gerührt. Ich weiß nicht, dass ich hier nach dem Jahr hier stehe, ist unglaublich, muss man jetzt sagen, aber... Tja, irgendwie kommst du an. Ähm, wie geht das? So, ich lese natürlich so, YouTube-Partner werden. Oh, 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 wie kann man das denn werden, ne? Dann hieß es 1000 Stunden, 4000 Minuten Watchtime, äh, 90, 95 Prozent, die einen YouTube-Kanal aufmachen, schaffen das nicht, ne? Um die Abonnenten und die Watchtime zusammenzukriegen, dann fangen die wieder von vorne an. Ich guck so, läuft nicht schlecht, läuft immer besser, oder nicht? Dann warst du ein Jahr Zeit, ne? Dann warst du ein Jahr Zeit, ne? Dann warst du ein Jahr Zeit, ne? Irgendwie nach 200 Monaten hab ich's geschafft. Ich habe... Also, was... Ich war YouTube-Partner auf einmal, oder nicht, ne? Und das noch nicht mal drei Monate. Mhm. Ne? War ich YouTube-Partner, dann haben viele auch zu mir gedacht, ey, Mehmet, wenn du es in drei Monaten geschafft hast, dann kommt wohl deine Sendung, deine Art, dein Content kommt wohl bei den Menschen an und die mögen dich oder sowas wohl, ne? Ich hab natürlich richtig Speed bekommen, richtig Feuer gefangen, ich denk Projekte. Hab ein Golf GT gekauft, ihr kennt die Geschichte. Hab mir Nistan 350Z geholt. Ihr kennt die Geschichte. Habt die beiden Projekte fertig. Okay, Nistan kam aber durch Zufall. Also, war ja nicht extra für... Ja, also, ich hab die beiden Autos und dann gucken wir natürlich Eiko und Boberg. Dann stellen sich zwei Autos vor, da geht der Bobbel, kauft sich ein Golf GT und der Eiko kauft sich ein Nissan 350Z. Ich denk, Alter, ich sag, warte, Alter, was machen die denn? Machen die mich nach, oder was, oder nicht? Ja. Aber eigentlich muss ich davor sagen, die Bobbel hat zu mir gedacht, Mehmet, ich hab dich entdeckt, als ich diesen weißen Zimper vom Stock, was von Franken gekauft habe. Genau, davor kannten sie uns nicht. Dann hat er sein Mitbewohner das Video gesehen, hat mich gefeiert. Er hat gesagt, Bobbel, den Jungen musst du dir angucken. Und seitdem hat Boberg Eikons, was haben meine Videos geguckt, obwohl wir uns nicht gekannt haben, und haben auch kommentiert. Und ich hab mich richtig gefreut, ne? Oh, Boberg hat mich kommentiert. Alter Schwede. Und immer in den Videos dich erwähnt, dich gegrüßt. Hab ich auch gefeiert. Ey, Eiko, Bobbel, ich weiß, wisst ihr noch hier mit dem Nissan 350Z? Yo, MT-Cards, schöne Grieße gehen an Mehmet, Gold Kittilio. Ja, Mehmet, MT-Cards, hat das auch gehabt. Und ich hab in den vielen Videos von denen immer wieder, haben die mich mit erwähnt, ne? Ja, und immer geil, geil, geil. Geil, geil. Liebe Freunde, das war jetzt das erste Teil. So, äh, klar, zweite Teil kommt auch. Was ich bis jetzt geschafft habe, wie viele Aufrufe ich gehabt habe, wie die ganzen Projekte, wie ich Eiko und Bobbel kennengelernt habe. Also, das wird noch richtig interessant. Vielen, vielen Dank. Frohe Weihnachten. Also, wir sehen uns auf jeden Fall vor Weihnachten, garantiere ich euch. Morgen kriege ich einen ganz tollen Besuch. Ihr seht mal, wird ganz lustig. Hier drehe ich ein Video morgen nochmal. Ja. Also am 24. Genau, morgen kriege ich noch ein schönes Video. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich küsse eure Herzen, dass ihr mich so viel unterstützt habt. Vielen Dank an Holi. Und es ist ein tolles Jahr gewesen. Zweiter Teil wird richtig lustig. Türkei kennenlernen mit Boberg, mit Eiko, mit Max kennengelernt. Also, es war wirklich ein tolles Jahr. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ich glaube, knapp 70 Prozent haben mich nicht abonniert. Freunde, Weihnachten ist da. Komm, hau mal den Abo-Button rein. Let's support us, kein Mord. Vielen, vielen Dank. Küssen eure Herzen. Oh, tschüss. Von mir auch. Vielen, vielen Dank. Und frohe Weihnachten, frohe Feintag. Aber wir sehen uns auf jeden Fall. Tschüss. Grüß Gott. 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 Grüß Gott.